... geht da noch ein NSU, ist zurückgefallen auf die 10. Position... ... aller 1, 10, 9... ... ein Reich nicht, bleibt bei seiner Zeit von 1, 51, 6, NSU, 10. Position... ... und neuer zweiter jetzt Matthias Walkner... ... im österreichischen Duell, Walkner wieder vorbei an Schmiedinger... ... vorne immer noch QB, nehmt, 49, 4... ... Walkner 49, rechts, Schmiedinger 49, 7... ... Neugebauer 49, 9... ... also innerhalb von einer halben Sekunde die erste hier... ... und wenn's Woloda mit dem kleinen Reich hier... ... fünfte Position, 1, 52, krasse... ... Last 6 der Hauptsichters mit Charakter... ... Jürgen zu 9, Olle C... ... Batista, 11, 12, 9, 13... ... Bugners 14, Lonka, 15... ... Lingard verbessert seine Zeit noch mal... ... aber es fehlt immer noch... ... 1,5, 10... ... und Lingard bleibt auf der 16... ... Jako 17, Wunderland, 18, 7, 19... ... Wimmer auf 20...